So Leute, willkommen zu einem weiteren Infovideo. Leute, es tut mir leid, dass ich euch von einer weiteren Uploadpause berichten muss, aber die Sache ist folgende. Ich mache mit der Schulklasse eine Sprachreise nach Frankreich für eine Woche, also von Montag bis Sonntag, und in dieser Zeit kann ich dann ja logischerweise nichts hochladen, Leute. So, als kleine Entschädigung habe ich mir jetzt mal folgendes überlegt. Also, ich werde heute und morgen wieder drei Videos hochladen, also neben diesem Infovideo hier. Da, weil, also heute wird nochmal ein Hack starten, der geht über zwei Parts und endet dann morgen, und dann würde ich Luigi World, also der Hack hat ja fünf Parts, und den würde ich dann ja auch noch gerne abschließen. Und, ja, also ich werde wieder drei Videos hochladen, und ich hoffe, dass ich auch dann nach der Uploadpause wieder auf drei Videos pro Tag hochkomme. Ich glaube, das wäre ganz gut dann wieder. Ich habe ja damals auch auf dem Infovideo, das ich dann dazu gemacht hatte, dass ich ja nur ein Video, ja, hochladen kann pro Tag wegen Zeit, ja. Ja, da gab es ja auch ein paar kleine Dislikes, Leute, und ja, wenn ihr dieses Video disliket, dann bringt euch das nichts, Leute, weil es erinnert nichts dran, dass ich nichts hochladen kann, also. Nee, Leute. Rum trollen, nützt euch nichts. Ich kann es euch nur immer wieder sagen, aber dafür habe ich als Gegenleistung drei Videos pro Tag heute und morgen, ja, angeboten. Was also Sprache heißt in Frankreich von Montag, also ich fliege Montag los, und dann dürfen wir Sonntag wieder zurückkommen. Also dann müssten Sonntag, spätestens Montag, wieder irgendwelches Zeug kommen, Leute. Ja, und das war's dann noch schon von mir. Jetzt tut mir leid, Leute. Ja. Also Sonntag, ja, kommt vielleicht noch was, und Montag kommt mit Sicherheit wieder was. Glaube ich zumindest. Ja. Ja, Leute, das war's dann mit diesem Infovideo, und ja. Bis dann. Tschüssi Kowski.